Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreuzen. Und viele Fehler gemacht, scheinen Sie ohne Apple. Aber dafür müsste man ihn auf die Wand schreien! Ist das Feiglinge! Bereit, ein Versager! Dieser Versager, dieser Schmarratt! Ein paar Venue, der Faust! Ja, 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 ja! Das ist vielleicht schon da! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sei die Armee im Kirchbach! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ist das Feiglinge! Bereit, ein Versager! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Aber dafür müsste man ihn auf die Wand schreien! Aber im Sinne, zweifel an deinem Befehl! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrunken! Ja, 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 ja! Ich glaube, ist das Feiglinge! Bereit, ein Versager! Ich glaube! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Aber dafür müsste man ihn auf die Wand schreien! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ist das Feiglinge! Bereit, ein Versager! Waren Sie doch zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgetrunken! Ich glaube, es geht los! Ich glaube! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Feiglinge! Armeen! Kehrt, was? Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die versiehen! Aber dafür müsste man ihn auf die Wand schreien! Feiglinge! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ist das Feiglinge! Verreit, ein Versager! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Dieser Versager, dieser Schmarratschi! Ein paar Wiener, der Fall bin! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Dieser Versager, dieser Schmarratschi! Ein paar Wiener, der Fall bin! Ja, vielleicht schon so! Ich habe viele Fehler gemacht, Sanse und Äppel. Was war ein Befehl? Wer hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ur-Hol-Hol-Bär! Herrgeray! Das ist rechtlich, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mal. Und viele Fehler gemacht, Sanse und Äppel. Ja, 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 ja! Ist das Feiglinge! Verreit, ein Versager! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Das ist doch Sager dieser Schmarotzen. Ein paar Vanille, Pfalz, ich glaube. Sparenbefehl, andere Steine sparenbefehl. Wir halten uns daran hin, dann selbstständig zu denken. Ur-Holt-Bär. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ein ausgerechtert Himmler! Ja, 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 ja. Ist das Feindlinge? Verreiter, Verzager! Ich glaube, ja vielleicht schon da. Aber sind Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Feiglinge! Ja, 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 ja. Ist das Feiglinge? Verreiter Versager! Das ist ein Versager, dieser Schmarratzen. Ein paar Vanille! Ich glaube! Oh, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ist das Feiglinge? Verreiter Versager! Ja, vielleicht schon da! Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Feiglinge! Ein Befehl! Ist das Feiglinge, Verreiter, Verzager? An eurer Person, an meiner Person! Und dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Ist das Feiglinge, Verreiter, Verzager? An eurer Person, an meiner Person! An Feiglinge, Armeen, Kehrbach! An eurer Person, an meiner Person! Dieser Versager, dieser Marotze! Ein paar Vanille, Verreiter, und der alt ausgerechte Himmel! An eurer Person, an meiner Person! Ist das Feiglinge, Verreiter, Verzager? Feiglinge, Armeen, Kehrbach! An eurer Person, an meiner Person! An meiner Person! Und dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Feiglinge! Große Verreiter, du, liegt nun auf Ihren Schultern! Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen! Und viele Fehler gemacht, seien Sie unäppig! Ich bin die Luftwaffe! dio. Höre! Viele!